herzlichen willkommen zur ersten folge schmidt haut auf die shit so heute in der hauptrolle mit dem k98 ich probiere jetzt mal die alte spiel war mit dem k98 damit die hartkern munition nahkampf oder scope Okay. Okay. Jawoll. Ah, mit Kim und Korn. Ich lach mich weg. Drüben in Lofen gesehen. Vielleicht nur... Die Spitze einer Stecknadel groß. Die Spitze. Abgedrückt, zack, tot. Und der nächste. Das gibt's doch nicht mehr. One hit one now. Zack. Das sind ja die Sozios. Da hast kein Flankenschutz, gar nix. Da sitzen die Hanseln im nächsten Pan und da rennt der einer vorbei. Und warum da nicht den Anderen zuerst erschießt? Wenn der Andere auch mal erschießt, dann gucken sie sie vielleicht aus. Meine drei gucken, was ich zu will aus. Es ist so geil, keine Ahnung. Ich ziehe wirklich nur mit. Das gibt's doch nicht. Hat der wirklich meinen Schuss aus vier Metern überlebt mit der Hardcan-Munition? Unbegreiflich. Die macht so 110 Schaden ungefähr. Also dieses schwer geschützten Silber reicht da nicht. Ich weiß nicht, wo die eigenen Leute hinschauen. Ich hab nicht einen irgendwann einmal im Visier schämpft. Haben die Schaden. Haben die großeki? Yay, prospectivan. Jetzt Aujourd'적. Wir bin um die Kiste. Schönen sieben Mann im Nahkampf mit dem Karabiner umgelegt und ich lebe immer noch Was ist mit Karabiner? Ohne Zielfernrohr? Ja Top-Sacher Euten 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 Nann Euten Euten Da habe ich irgendwann mal mal einen größeren Bildschirm anzulegen Wollt ist das ein Aufforderter Da ist ein Kessel Zehnten Wir sind alle drin Steiner 7 zu 0 Daniel 2 zu 0 Hetze 0 zu 0 Na gut Elf Zwölf Fl습니까 Wollt Fünfzehn zu Null Fünfzehn zu Null Plack Super Ihhh, 1.85 Uhr, leck mich Scheiße Scheiße 16 zu 0 7 zu 0 Und dann bin ich weg Aber ich denke das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen Schaut demnächst noch wieder rein, wenn es heißt Schmidt haut auf die Shit